Und aus, würdest du das Haus hier aus dem hier bauen wollen? So eine Handelsgilde muss ja auch irgendwo Marmor herbekommen. Muss ich mir überlegen. Also wie gesagt, der Stein ist sehr vielfältig, wir haben genug davon. Wir brauchen irgendwas, wo wir sagen können, das ist ein Merkmal für eine Markthalle oder so. Was denkst du zuerst, wenn du sowas hörst? Brauchen wir einen großen Innenhof? Eine Markthalle am Hafen. Oder was willst du denn dann bauen? Hm, wie können wir das verwirklichen? Erstmal Tag stellen. Du wolltest einen Aufgang machen, so einen Aufgang wie nur hier kommt die Hochbitches. Nein, schon zu mehreren Zeiten. Ich suche mal Markthallen. Okay. Einfach eine riesen Halle mit Ständen, ne? Mach dich erstmal ein bisschen leiser, bist du laut. Okay, weil ich hätte... Die ist halt so eine riesen Kuppel, aber die haben wir schon im Tempel nebenan. Dann lass doch was rechteckiges bauen. Hm, ja langsam gehen uns die Ideen aus. Was hast du denn da markiert übrigens hier? Was ist denn das? Da machen wir vielleicht die Brücke hin, die Steinbrücke. Oder wir machen jetzt einfach mit dem Zirkus Maximus weiter. Das ist eine famose Idee. Wobei ich ja mit dem Schiff weitermachen wollte. So. Schiff. Also ich mache jetzt Schiff. Chef. Ich heiße Chef. Schiff. Und da gibt es nämlich... Cannon. Ne. Warte. Cannon schreibe ich mir zwei N. Ja. Cannonballs. Stone. Äh. Cleanstone haben wir hier nicht, oder? Doch. Lol. So geht ein Cannonball. Ja. Gibt es irgendeine Haltevorrichtung? Nope. Box. Scrapbox. Toolbox. All right. Bye. So geht's. Wie war das? Ach, wie fein. Was bringt eigentlich eine Toolbox? Da kannst du Werkzeuge aufheben Lol Okay Eine Toolbox Alles was ich für das Schiff brauche Hau ich mal Hier vorne in die Kiste rein So Ich muss mal kurz was ausprobieren Geht das? Kann ich das hier platzieren? Das geht nicht Wir gehen auch mal Schienen Schienen auf Englisch Heißt nur ein Sticks Wraith Wraith Hallo Harald Alles klar So Kann ich das hier einfüllen? Nein Nein Ich müsste das voll Nein So Ich probier mal was. Wie geht denn der nochmal? Okay. Ich will einen kleinen Trollen-Chat. Alles klar. Das konnte ich ignoriert. Kann ich da jetzt? Hm, da geht nur Flüssigkeit rein, oder? Na, da, da, da. Na, da, da. Na, da, da. Ja. Man kann schon so viele Waffen bauen. Speer, Hammer, Axt, Flail, Knife, Hellebarde. Da müsste man eigentlich auch einen Waffenständer holen. Ich schau grad. Ich schau grad. Mhm. Mhm. So. Alles klar. Wer so eine scheiße schreibt, wird gebannt. Ganz einfach. Da, 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 da. Retrie-Learn-Tour. Wrench, damit Gear. Fuel. Pipe-Water-Proof. Ich will entspannt schreiben. Äh. Craften. Aber ich find leider nicht. Ich weiß, was ich gern hätte für die Kanonen. So ne, so ne tiefer gelegene, halb offene Box, wo man Kanonenkugel reinlegen könnte. Aber es geht ja leider nicht. Äh. Äh. Leider nicht. Aber irgendwie muss das doch. Hm. Rot. Nee, gibt's leider nicht. Aber gut. Ich guck mich noch durch, grad durch die Blöcke. Ein Drill. Ja, auf jeden Fall. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist ein... Was ist das denn hier? Detektor. So ein, so ein, so ein, so ein Scroll... So eine Scroll-Leiste, damit ich sehen kann, wo ich grad mich befinde. Scrapbox. Kaffee-Tasse. Solar-Helm. Bester-Helm. Äh. Äh. Static-Boots. Achso, damit ich geerdet bin. Da kann mir keine gewischt werden. Was brauche ich dann? Achso, steht es hinter mir. Wozu brauche ich einen fucking Ventilator? Was ist das hier? Plastic Sheets, Raw Plastic. Ein Stoppschild, Retriever Jammer, oh mein Gott. Ist ja schön bei den Waffen. Ich glaube, ich bin einmal durch, ich bin mir aber nicht sicher. Ja, ich glaube schon. Hier sind die Conveyor Bells, das sind die Förderbänder. Nee, besser als so kriege ich es nicht hin. Aber was ich mal machen könnte, aus Spaß. Aus Spaß. Ja, warte. Wie lade ich das nochmal, die Kanone? Rechtsklick drauf, Shift, Linksklick. No, das ist auch ein Fehler. Wie lade ich nochmal die Kanone hinten? Ähm, Shift? Ich weiß es nicht. Shift, Rechtsklick geht nicht. Ähm, Shift geht auch nicht. Steuerung? Nee. Alt? Nee. Komische Soundgeräusche. Warte, muss ich die in der Hand halten? Ah. Nee. Hey. No, okay, ich bin verwahrt. Wo soll ich die Kanone von der Seite hin? Ja, das finde ich. Hatten wir nur hier eine Kanone gebaut? Lass mal sehen. Cannon. Äh. Ist ja eigentlich ziemlich leicht. Na, ich hab keinen Flint dabei. Mist. Ich hol mal ein bisschen mehr. Eisen. Lol, hier lädt gar nichts mehr. Hallöchen, da fliegt einer. So, Eisen haben wir hier irgendwo. Lass sehen. Ich hol mal ein bisschen Refined und Normales. So. Verschwend nicht so viel. Irgendjahr hast du schon mal gesehen, wie viel Eisen wir haben. Trotzdem. Verschwend nicht so viel. Wir verschwenden mehr Holz als Eisen. Ich will nur ein bisschen ausgleichen. So. Was wollte ich jetzt bauen? Genau, die Dinger. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, kurz. Ich brauche noch mehr Eisen. Ähm. Das hier. Ich hab 25 von den Dingern. Was ist denn hier noch drin? Diamond Warhammer. Hier hab ich mal ein bisschen Spaß gehabt. Ja. Mit dem Diamond Warhammer. Diamond Spear, Diamond Hellebarde. Hab ich mal gebaut. Oh ja. Hier ist sogar noch eine Diamantsäge drin. Hm. Links. 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 So, da muss man sich jetzt einfach vorstellen, dass da das ganze Zeug drin ist Zum Laden der Kanone Die Kanonen sehen schon süß aus So Ich geh mal ein bisschen Eisen brennen Aus Gründen Die dich nichts angehen Was machst du denn? Ich muss Cauldrons bauen Wollen wir denn hier drin Eisen? Eisen Äh, ist ja Englisch Iron Pulverized Iron Ja, haben wir überhaupt nicht wenig Kerber So So, hier haben wir noch zwei öffnen, hätte ich gedacht Ich sorge nur für den Nachschub Mehr mache ich nicht Ah ja Ich verstehe schon Was denn, ich muss für jede Kanone ein Cauldron hinbauen Das ist ein bisschen teuer, aber Sieht letzten Endes gut aus So 16 Stück, jetzt brauche ich nochmal 16 Stück So Ich weiß nicht, wie viele Kanonen wir haben Wobei ich glaube, jetzt habe ich zu viel gebaut Nein, ich habe ja schon die oben gemacht Ah, ich bin doof Ich habe ein paar Cauldrons zu viel Brauchst du Cauldrons? Nein Wie viel hast du denn zu viel gemacht? Lass uns mal kurz abzählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 Ähm 14 zu viel Wut der fack Wird nur nicht sparsam sein, ne? Ja, ja, nee, nee Bin ich nicht Bist du dir sicher, dass das Schiff symmetrisch ist? Das sollte es sein, ja Wie so Weil das in einer Stelle innen drin Innen drin zumindest nicht ist Ich muss hier auch hier einfach Plus ein zweiter Baum So Jetzt sieht es auch symmetrischer aus Zumindest von innen Okay Nevermind Keiner gesehen Fuck Jetzt passt es Ja Ja So Wie ich vermutet habe 14 Cauldrons Zu viel Kann ich die wieder in Eisen umwandeln? Nein Gut Nein Lass uns irgendwas brauen Bisschen Bier Hm? Wie hast du mit Köpfen? Ja genau Dein Kopf Von Mit dem Boppel 2 Schwer brauche ich auch noch So Was brauche ich denn noch? Ich brauche sehr viel Holz Denn ohne Holz Kann ich keine Waren simulieren Ich bin sauber Wie ein Baby Ich bin rein Ich bin sauber Oh du größte Amerikaner Mann Bester Film Spruce Wood Da gönne ich mir mal einen halben Stack Rubber Wood Haben wir schon ewig nichts mehr abgebaut Da gönne ich mir auch mal einen halben Stack Ist noch ein ganzer Stack drin Also Oh wo sind ganze Eichenholz hin Unsere Eichentasche ist ja fast leer Da muss ich ja schnell was raus Ach Quats Da muss ich ja ganz schnell was raus Ich habe selber noch 3 6 Millimeter Von dem her Fuck you Was machst du gerade aus Holz So krasses Gar nichts Ich bin kreativ Was mich ein bisschen nervt An unserem Schiff Ist eigentlich Der Reaper ist da Das auch Schon das Holz Oder Die Spitze sieht so viel besser aus Ich habe es ein bisschen länger gemacht Eigentlich ist die Spitze noch viel länger Wenn man es so sieht Ist ein bisschen was Was ist die Eichelspitzen Jaja Ja ja Okay So Ist ein bisschen was passiert am Hafen Ein bisschen was Die schlimmste Aufgabe war hier das Wasser Auf eine Höhe zu bekommen Während er weg war Ja Ein bisschen was Da steht ein neues Lagerhaus Da steht Ware Hier hinten Hier hinten haben wir endlich mal alles voller Kabel geklotzt Und da steht Der Anfang von einem Handelshaus Was ich persönlich gerne aus Marmor bauen würde Weil die Handelsgelder an sich ist ja eine Dekadente Gesellschaft Da hinten ist eine Markierung für eine neue Brücke Was eigentlich ein bisschen zu viel wäre Weil da steht eigentlich schon eine Holzbrücke Nein die wird versetzt Und abgerissen Achso Aber dann geht es ja nicht mehr senkrecht vom Dann geht es ja nicht mehr gerade auf den Tempel zu Scheiß drauf Fuck the system So und ich kümmere mich jetzt hier um Le Boot Genau Ich brauche erstmal Wieso versetze ich eigentlich das ganze Zeug hier nicht um eins nach unten Das ist eine sehr gute Frage Lieber Felix Warum tust du das nicht einfach So zum Beispiel Hier Die Kiste kannst du hier hinstellen So dann habe ich mal wieder alles nützliche hier rein Das hier So Das hier und das hier Gut Was brauche ich denn noch alles hier zum bauen Erstmal Was mache ich denn Es regnet Ich gehe unter Deck Das brauche ich Weil du es mir befohlen hast So Ich habe noch ein bisschen Eichenholz Könnte ich mir schnell das hier craften Wie war das So Lol Drei Fässer GG Ist leicht teuer Okay Ich brauche Na Eichenholz Ich bin verwirrt So Eichenholz 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 Es wird niemals reichen Schön dass du es jetzt schon erkennst Ich bin zuversichtlich So So Und das alles wegen diesen Fässern hier Wo sind sie denn So Ich bin hier eigentlich Nein Da Ich bin blind Einfass Empty Lol Ah ok Hat noch ein bisschen gebraucht bis es weg ist Ähm Was ich eher machen wollen würde Aus dem Rubberwood Mit einer Säge Das Rubberwood sieht besser aus wie ein Fass finde ich Meinst du Ist ja ziemlich dunkel Aber das kann man nicht schneiden Oder Kann man ja schneiden Kann ja mal Regen aufhören Das ist ja Schlimm Das ist echt schlimm hier Also ich finde es laut Dann nehme ich halt Sprucewood Wenn es anders nicht geht Ja das geht So 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018